Ich meine, früher haben Kirchenglocken, später dann Sirenen vor Gefahren gewarnt. Heute kommen Warn-Apps, andere digitale Dienste hinzu. Haben Sie denn Vertrauen in diese neuen Systeme? Mein Vertrauen war schon immer von Skepsis geprägt auf diese Warn-Apps. Ich selbst benutze auch eine, aber auch nicht vom Berliner Raum. Ich höre sehr gerne auf den Deutschen Wetterdienst, aber ich bin ja auch ein Insider und kann auch diese Ankündigung interpretieren. Was fehlt, ist ein bundesweites Sirenennetz, was es bis Anfang der 90er Jahre gab, mit modernen Sirenen, satellitengesteuert und batteriebetrieben, damit sie auch beim Netzausfall noch funktionieren.